hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der mountain ach so hier fehlt noch oben die glasscheiben die jetzt was ist denn das für eine rand naja da ist auf jeden fall der mountain hat nur noch glas übrig ich glaube nicht doch da haben wir hier oben noch eine werkbank ja da so schön aber da hinten ist auch noch offen machen dann auch endlich mal zu dieses glas geht ja nicht kaputt wenn man es wieder raus kloppt warum heilig eigentlich nicht ach ich habe ein bisschen hunger ok misst war gut haben auf den weg darüber hier noch ein steak rein so haben er nicht gefrühstückt so jetzt muss aber reichen zack 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 da muss ich mir echt mal wo ich mir echt mal alter recht immer noch nicht gibt es ja gar nicht noch gedanken machen wie ich das hier oben überhaupt einrichten soll das ist mir ja ist mir noch relativ suspekt mein das da wird auf jeden fall schlafzimmer dass man hier schön den sonnenaufgang begucken kann und dahinten gästezimmer oder so jemand theoretisch bräuchte man ja auch ein badezimmer und weiß der geier aber wir haben ja auch noch eine etage weiß ich echt nicht weil sich echt nicht wird noch eine schwierige aktion wie hier das wird auch noch eine schwierige aktion obwohl ich mir hier schon gedacht habe so rüstungsständer hier hin da und da weil ob man da seine klamotten daran aufhängen kann so garderobe mäßig hier die wand keine ahnung noch noch ein schild also bild im schild grundsätzlich soll hier in den raum nicht viel rein außer so ein bisschen deko vielleicht noch eine blume oder so hier so eine stehpflanze oder sowas weiß ich nicht was wollte ich hier jetzt ich war jetzt geneigt das glas hier rein zu flitschen aber will ich das wirklich ich will auf jeden fall noch das glas wir brauchen es hier nicht es ist oben jetzt überall drin können wir also weg bringen wir müssen ja eh zum lager noch mal was den weg an betrifft die ich da jetzt gestern angesprochen habe wir werden übrigens heute hinkriegen so wie ich mich kenne wir werden mit erst morgen hinkriegen mal zum sumpf gehen also gehen wir sowieso in die richtung durch die wüste ist glaube ich eine idee was macht man dafür den boden befestigten boden den rand wenn ich das wirklich so wie gesagt angelehnt mache wären allerdings hier die steine im endlich übrigens als rand in der wüste ja wer okay aber ich glaube in der wüste passt dann er sein stein oder den weg weil die erde das wäre viel zu krass wenn hier jetzt sagen wir mal dass hier wer sand und da ist mittendrin auf einmal die erde wo kommt die erde her in der wüste wächst womöglich auf dauer zu mit dem grünstreifen hahaha ne kurs aufwürste nicht zu wachsen aber nähe das wäre zu krass müsste man hallo warum geht das nicht warum ach so haben wir nicht aus irgendeinem grund funktioniert hier gerade was nicht aber ist aber warum ist doch gar nichts passiert hier war doch keine creeper explosion die war da hier ist bestimmt diese unsichtbare leitung kaputt was ich nur schwer kontrollieren kann weil durch den shader sehe ich das ja so schlecht so so doof jetzt aber auch jetzt kein bock zu ganz ehrlich wie viel sandstein haben wir 13 wenn ich viel ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen der ist vier breiten die moment als weg ist das die weg begrenzung wenn die weg selber ist mit sandstein ist ja vielleicht gar nicht falsch obwohl der ein bisschen zu glatt ist finde ich ja das ist ich dachte das wären die da so ja das würde schon gehen das wäre schon denkbar warum auch nicht wie viel haben wir denn davon 93 haben wir sogar einige könnten wir mal aus jux wie gesagt wir gehen sowieso in die richtung weil wir in den sumpf müssen hier nicht wo 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 könnten wir das mal testen alter was ist hier wieder das ist was man immer so viel scheiße in der tasche hat das ist unglaublich das ist echt unglaublich die sind noch nicht abgeschlossen haben wird nicht abgeschlossen das ist wirklich unglaublich das ist jetzt schon wieder ein gedanke den mir nicht aus dem kopf geht da wir sowieso in die richtung laufen ist hat natürlich bietet sich ja an da sogar mal ein bisschen eventuell anzufangen wobei ich habe ja die gestrige folge genannt gewächshauser fertig das stimmt ja gar nicht direkt die beleuchtung fehlt ja noch weil wir die sachen für die beleuchtung zumindest teilweise sogar in der tasche haben die köpfe sind auch mob tröppe die köpfe sind mob tröppe wobei da gibt es noch mehr die sollte man vielleicht noch oben tun zombie skelett creeper gibt es endermann gibt es wären schon vier aber es gibt ja noch gibt es noch mehr zombie pick man weiß ich nicht ob die auch köpfe drücken drücken der scheiß bogen weg roten flash weg rote beete hat man hier ist da haben wir kartoffeln noch ich hatte auch kartoffeln eingesteckt die haben wir verpflanzt ok erde kann mal weg glas wo tun wir das glas denn hin wo tun wir denn warum hat er nicht ach so der ist voll so glas sagt ist dann auch irgendwo untergebracht hat gehört hat dazu wird sowieso so da wir mittlerweile angefangen haben so die die gänge die die außen dinge einigermaßen thematisch zu machen bleibt im endeffekt nichts was man in die mitte ballern kann von daher auch so eine sache die zepplinge noch gut aber jetzt hier hat die zeit maden wo sind die denn es geht los ich habe hier chaos kopf chaos den apple noch dann kommen wir hier warte dann nehmen wir einen steck vom mit so zu testen was ich wollte eigentlich ein steck haben ja so kommen noch ein so nehmen wir einfach nur zum testen werden wir nicht bauen großartig wenn es nur an testen wenn wir darüber gehen es ist ja schon wieder dunkel wird wird also heute schon wieder nichts mehr wo haben wir denn die apple haben wir irgendwo tun wir also ab wenn wir werden wir jetzt in den also nicht jetzt sondern morgen oder so in den die legte ich besser auch in die leiste damit ich das weiß richtung dschungel gehen weil wir brauchen clay für das dach dahinten ton wir brauchen lillipads noch für die gewächshäuser und dafür müssen auf jeden fall in dschungel das steht fest naja bis morgen